Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mini-Craft-Tech Wollte starten wie im Menü denn die schönen Neuänderungen Minecraft Mini-Craft-Tech Wer ein Modestroom kaufen will, muss ich bei Monkex Wrave melden Das Modestroom ist eigentlich fertig Und dann bin ich wieder bei Monkex Wrave Dann können wir ins Modestroom gehen und dort kämpfen das Firma Richtig cool Ähm, 200 Euro und so, gucken wir was ist Alleheads on Martins Storms, ah, ist klar Die Sonne gibt's überhaupt auf, ey, ist auch selten Da sind wir dunkel Ohja Gucken wir schon, wo das auch wieder geändert Ne, die ist mal nicht, weiß Ui Nein, das wird so ein Mikro-Sexter gar nicht Was wollen wir so ein Mikro-Sexter anbauen, das ist Das können wir nicht mal machen Aber mach ich natürlich nicht Ich hab die Neuänderungen jetzt nicht reingeschmissen Echt Okay Ich hab jetzt nicht gedacht Echt nicht Echt nicht Wenn jemand einen Quarz-Blob braucht Wenn ich möchte Das würde ich in der Sagen gehen Ein weiterer Quarz-Blob Was? Vier Äh Ist das schon auf Platz Was? Bei allem auch war es hier nicht Ähm Ich bin das Das sieht meine Pfeil-Trade an Nur liebevoll gebaut wurden Und ja Und ja Mit Big Man Ähm Was? Wollen wir Und ja Ganz kurz den Quarz-Blob platzieren Ja Oh 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 Das ist Ehrlich? Ey ich hab eigentlich total hier Eis Und hier Das waren hier die Äh das aber jetzt wollte ich auch Das war so meine Idee Oder Was ich die machen könnte Wenn wir das abbeziehen So Sieht ganz cool aus, oder? Ich hab noch einmal ein Blatt hin Ich hab noch einmal ein Blatt hin Aber wenn es doch nicht hat er schon fertig ist Das ist gut Das ist wirklich Müt Ach, brutal YAY Fein Ähm Und zwar meine Freunde Ähm Ob ich Äh Nicht übrigens Duke Touch Noch nicht Und ich weiß jetzt irgendwie Wie ich es mir immer sonst jetzt mit dem Portal machen sollen Ich hab überlegt Das Ganze mit Ähm Ist ja schon Mit Ähm Achtschliffsaufnahme gebaut Dass man da Eine Begrenzung hat Und eben In Oh mei Oh Fertig Hefe Das war schon nice Das gefällt mir Das ist gut Ich weiß auch nicht was hier passiert ist Schauen wir uns mal weiter weg hier Woher nehme ich meine Goldjam? An dem Fall zieht alle auf sich Das ist die Screenshot Im Zoom meiner Screenshot zu machen ist hier unglaublich Mann die Schaufel hat auch nie lange geduld Die gute Diamantschaufel Ach du scheiße Das ist eine schlechte Halbbarkeit Sehr gut Und dann würde ich dann halt hier die Slabs reinbauen Und so halt ne Und ja Das habe ich im Kopf noch nicht durchberaten Aber ich glaube ich habe es nicht genug Ich glaube ich habe einen Ofen gebaut Dass man nicht besser aufpassen muss Dass da die Öfen irgendwie voll sind Und deswegen nicht gebraucht wird Das ist irgendwie schon ganz gute Sache Dieser Spongebot wird auch weg Jetzt kann man eine richtig schöne Graben Das ist gut Und ja Mal gucken Was ist das denn uns jetzt noch Na Äh Hält nicht mal lange durch Ich will da noch ein paar Blöcke hinter dem Portal machen Ja Ja Und ja Und ja Mit diesem Hafer Weil man dann In Rahmen so halt machen Und Und Kann sein mit Äh Krass wirken dann hoffentlich Und Anfänger 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 Und Anfänger Anfänger Und Ja Oh 5 Leger Die Schoffel Oh Jetzt nur noch 2 Oder Hey Ich meine Schoffel ist kaputt Ich habe keine mehr drin gemacht Die wollen geschlagen werden Die kommen zum Beispiel Die PZ gibt es ja gar nicht Die wollen das irgendwie so Oh mein Gott ist echt ganz schön Ich weiß nicht warum Ich weiß nicht warum Wenn ich das euch noch mit Lava halt machen So ein bisschen Lava so Vielleicht noch die Kuros pflanzt Jeder nur halt nur noch ein Endkampf Was auch nicht mal das ist Der Endkampf Ey Die sich auch auf so ein Bordschutz Aber warum ich nicht Bordschutz verstehe ich nicht Ich kann ja gar nicht reden die bauen sie ist doof sie ist hier extrem doof sie sollte ich mal irgendwie so weit wie die in der hand haben wo sie heißt es gibt es ja gar nicht sie haben frank oder toll hier wird im jahr ziehen gemacht das was sie bedeuten nicht wirklich gut das aber es auch nicht zu werden oder da kann sich das zu viel wenn man es ergeben russ okay ich habe das ist das ist und ich habe ja nur kohle 10 16 16 16 16 15 15... und... 4... Okay... Naja... Komm jetzt doch mal rein... So viel kann jetzt Mecker gar nicht schlucken hier... Muss ja schonmal hier ruhig losfahren... Uiuiui... Muss schonmal rasant los hier... Guter automatischer Ofen... Und er funktioniert... Damit können wir richtig schön jetzt hier die Storm-Bix... äh dieses Stepster machen... Eigentlich sogar welche noch im Video gehabt... Ja... Ich glaub schade... Oh... Vielleicht in die kurz hier... Genau, in die kurz, wo ich was hier passiert hab... Ich würde schonmal nehmen... 24 durchgebracht das geht flott mit schluss geht einfach nur flott es ist richtig gut auch nicht habe ich verdammt jetzt habe ich so wohl zu kraft scheiße ach egal es ist ein bisschen auch noch gut haben aus jetzt vor ich merke das ist mein kart will ich erwischen ach man das ist das machen wir mal rein und das aber es ist nicht zu Ende war ich schon wir haben uns schon zu Ende vorhin ich war kurz noch ein bisschen an ich habe mal Treppen gebaut das war unnötig naja ok so an so an so jetzt raus wo ist er trunken ach Pacho G so schnell obwohl doch nicht also in der art halt das wort das portal so rum macht hierbei ich habe hier noch ein bisschen mehr Platz gelassen, wenn ich das nicht so öffnet, wenn ich das auch mehr auf das Kaktus oder so mache und dann bin ich schon hier zurück glaube ich hier schon ein bisschen mehr das finde ich ganz cool und ja, wenn du dir diese Mini-Coffee-Tech-Folge gefallen hast, dann lasst eine positive Bewertung da Abonni-vergessene Traunches